Hier zu sein bedeutet mir einfach alles. Das hätte ich niemals gedacht, dass es irgendwie soweit kommt und ich kann das immer noch nicht so ganz glauben. Das ist echt der Wahnsinn. Ich liebe ihre Stimme. Die hat einen ganz tollen Stimmsound. Das ist nicht irgendeine Backing-Stimme, sondern die hat halt echt Kraft. Man hört sofort gerne zu. Und dass ich jetzt sozusagen ein eigenes Lied schaffe, das ist ja unbeschreiblich. Das ist natürlich für mich das Allerschönste. Das ist wie beim Kind, was auf einmal irgendwie alleine laufen kann. Klar, ich kann sie halt nicht mehr loslassen.